Ihr hört schon, wir sind immer noch beim Münzenwerfen. Letztes Mal haben wir eine Münze dreimal geworfen und dann haben wir gesagt, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, so eine Folge zu haben. Also beim ersten Wurf sollte die Zahl oben liegen, beim zweiten Wurf sollte der Kopf oben liegen und beim dritten Mal sollte die Zahl wieder oben liegen. Und diese Wahrscheinlichkeit haben wir hier ausgerechnet als ein Achtel. Und wie immer, wie immer in der Mathematik kann man natürlich auch bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung immer ein bisschen tiefer bohren und noch eine Variante draufsetzen. Und das Video hier, das soll sich genau mit so einer Variante beschäftigen. Und zwar geht es darum, wieder dreimal zu werfen die Münze. Aber diesmal konstruieren wir uns ein anderes Ereignis. Und wir wollen die Wahrscheinlichkeit wissen, von dem Ereignis wenigstens einmal Kopf zu haben in drei Würfen. Einmal in drei Würfen soll Kopf oben liegen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür möchte ich gerne wissen. Praktischerweise haben wir hier links ja noch die Liste mit den ganzen möglichen Ergebnissen von drei Würfen. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich bloß abzählen. Bei wie vielen von diesen Ergebnissen ist denn da wenigstens einmal Kopf dabei? Nun, überall, wo ein K drinsteht. Also hier, 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 hier steht auch ein K, hier haben wir auch K, hier, hier. Siebenmal. Wir haben siebenmal ein Ergebnis, wo Kopf drinsteht und nur einmal hier das letzte. Das ist das einzige Ergebnis, wo eben kein Kopf dabei steht, wo nur Zahl, Zahl, Zahl kommt. Also die Wahrscheinlichkeit von wenigstens einmal Kopf in drei Würfen zu haben, das sind eben sieben, da es sieben solche Ergebnisse gibt, sieben von insgesamt acht möglichen Ergebnissen. Jetzt könnte natürlich jemand daherkommen und sagen, ja, das habt ihr jetzt hier abgezählt. Was ist denn, wenn ich zehn Würfe mache? Dann versagt eure Methode, denn alle Kombinationen für zehn Würfe aufzuschreiben, das braucht schon eine Weile. Könnt ihr das nicht direkt ausrechnen, diese sieben Achtel? Ja gut, dann nehmen wir die Herausforderung doch an, oder? Versuchen wir das mal direkt zu machen. Ja, wir können das ja mal umdrehen. Wir können mal sagen, wenigstens einmal Kopf in drei Würfen, sagen wir eben keinmal, kein Kopf. Kein Kopf in drei Würfen. Schauen wir uns dann die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis mal an. Und wir sehen schon, egal welches Ergebnis wir haben, wir werden immer eines von diesen beiden Ereignissen eintreten. Wenn bei diesen drei Würfen mindestens ein Kopf dabei ist, dann wird dieses Ereignis eintreten. Und wenn kein Kopf dabei ist, dann wird dieses Ereignis eintreten. Also eins von beiden wird immer eintreten. Das heißt, ich kann eigentlich diese beiden Wahrscheinlichkeiten miteinander addieren und erhalte eins. Denn es ist sicher, dass eins von den beiden hier eintritt. Und es ist aber auch durch die Formulierung sichergestellt, dass es kein Ergebnis gibt, wo beide Ereignisse hier eintreten. Also es ist wirklich ein Entweder-Oder. Und zusammen erckt das die Wahrscheinlichkeit 1. Ja, und das kann ich ja wie eine Gleichung umformen. Also die Wahrscheinlichkeit wenigstens... Punkt, Punkt, Punkt. Das ist gleich 1 minus der Wahrscheinlichkeit kein K in drei Würfen. Einfach die Gleichung hier umgestellt. Ja, und dieses kein Kopf in drei Würfen... Kein Kopf in drei Würfen, das kann ich ja auch schreiben als Wahrscheinlichkeit, dass ich Zahl, Zahl, Zahl habe. Das ist dasselbe wie die Wahrscheinlichkeit von Zahl, Zahl, Zahl. Das heißt, gleich 1 minus die Wahrscheinlichkeit von Zahl, Zahl, Zahl. Diese Kombination von Ergebnissen meiner drei Würfe. Das hat dieselbe Bedeutung. Und das kenne ich aber, das kann ich ausrechnen. Das ist nämlich 1 minus die Wahrscheinlichkeit, im ersten Wurf Zahl zu haben, mal die Wahrscheinlichkeit, im zweiten Wurf Zahl zu haben, mal die Wahrscheinlichkeit, im dritten Wurf Zahl zu haben. Und jeder dieser Wahrscheinlichkeiten beträgt ja gerade ein Halb. Das ist die Basiswahrscheinlichkeit des Münzwurfs. Ich habe zwei Ergebnisse. Also jeder dieser Wahrscheinlichkeiten ist ja ein Halb. Und das muss ich miteinander multiplizieren. Also bleibt mir jedoch stehen, dass das Kreich 1 minus 1 halb mal 1 halb mal 1 halb, das ist ein Achtel. Also 1 minus 1 Achtel, das sind gerade 7 Achtel. Das kriege ich als Ergebnis. Und das hatte ich ja auch nicht anders erwartet, denn genau das habe ich mir vorher auch als Ergebnis durch simples Abzählen der Ergebnisse schon ausgerechnet. Aber ich kann es eben auch hier in dieser anderen Variante der Rechnung bestätigen. Und jetzt fällt es mir natürlich auch leicht zu sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenigstens einmal Kopf in, sagen wir mal, 10 Würfen zu haben. Also in 10 Würfen. Ja, das mache ich nach demselben Schema. Das ist gerade dasselbe wie 1 minus die Wahrscheinlichkeit, kein Kopf in 10 Würfen. Und das ist gerade dasselbe wie 1 minus der Wahrscheinlichkeit, eben in 10 Würfen auch 10 mal Zahl zu haben. Also hier das Ganze 10 mal. Und das ist dasselbe wie 1 minus, ja, der Wahrscheinlichkeit, der Wahrscheinlichkeit im ersten Wurf Zahl zu haben, mal der Wahrscheinlichkeit im zweiten Wurf Zahl zu haben, mal der Wahrscheinlichkeit im dritten Wurf Zahl zu haben. Und jeder dieser Wahrscheinlichkeit betrug ja auch wieder 1 halb, genau wie da oben. Und das heißt, wir haben da stehen 1 halb mal 1 halb mal 1 halb und so weiter. Das ist also 1 halb mal 1 halb. Und ja, das Ganze eben 10 mal. Und das kann ich auch natürlich zusammenfassen als 1 minus 1 halb hoch 10. Und das wiederum wäre 1 minus 1 halb hoch 10. 2 hoch 10, das sind 1024, also 1 durch 1024. Und das wären dann 1023, 1024, also eine Zahl, die ist schon ziemlich nah bei der 1. Es ist fast sicher, dass ich in 10 Versuchen wenigstens einmal Kopf werfen werde. In Prozent ausgedrückt wäre das, das können wir uns ja mal zum Spaß ausrechnen. Da brauchen wir also die 1023 geteilt durch 1024 geteilt durch 0,999. Das heißt, das sind 99,9 Prozent. Also im Schnitt muss ich die Münze schon tausendmal werfen. Nein, ich muss die Münze 10.000 mal werfen, weil ein Versuch hier heißt ja 10 Würfe. Also ich müsste die Münze 10.000 mal werfen, um eine gute Chance zu haben, wirklich 10 mal hintereinander Zahl zu bekommen. Und ich hoffe, das Beispiel hat auch ein bisschen gezeigt, wie man vielleicht manchmal etwas kompliziertere Aufgabenstellungen durch Ändern der Ereignisbedingungen dann in eigentlich eine sehr einfache Rechnung umwandeln kann.